20 Jahre BRV, Biogas durch Verwertung von Speiseresten. Überlagerte Lebensmittel, Speisereste und Havarieware werden hygienisch und sauber zu Biogas gewandelt. Das Gas dient der Stromgewinnung, wird ins öffentliche Gasnetz eingespeist und liefert den Firmen eigenen Nutzfahrzeugen alternativen Treibstoff. Biogas statt Diesel. BRV Biogasgewinnung ist Energieproduktion ohne Nutzung nachwachsender Rohstoffe. Dadurch entstehen keine Maismonokulturen. Klimaneutrale Anlagentechnik. Garantiert sauber, garantiert grün. Was mit 5 Kilowatt Leistung Output begann, erreicht bis heute eine Leistungssteigerung von mehr als einem Megawatt Output. In Deutschland fallen geschätzt 2 Millionen Tonnen überlagerte Lebensmittel und Speisereste jährlich an. Die BRV nutzt davon so viel wie möglich und produziert grüne regenerative Energie. BRV Biologische Reststoffverwertung Kislek. Gemeinsam für eine saubere Zukunft.